So, dann bin ich wieder. Gefliegt, ne? Ja? Sachen hast du schon hinzugefügt? Moment. Ich konnte eben auch gar keine Knicklichter hinzufügen. Weil zwei von zwei sind schon drin. Ach, die sind automatisch da? Nee, ist meine. Ich hab die doch auch gleich mitgekauft. Wow. Mit der großen Taschenlampe. Dein Ernst? Was denn? Nur so. Ich hab das Geld. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Schreib das doch. Wir sitzen doch noch auf der Kante. Du musst hier den Job auswählen, ne? Ach so, jetzt bin ich wieder da, ne? Ja, ja. War nicht schon wieder im Farbenhaus. Nein, nein, nein. Und Schule ist für drei Personen empfohlen, ne? Okay. Hast du das gar nicht gelesen gehabt? Bereit. Bereiten. Bereiten. Mal kurz. Mal kurz. Mal kurz. Mal kurz. Mal kurz. Ja, aber es sind drei Taschenlampen. Und hier oben liegt ne Starke und da steht noch das... Wir haben nur eine Starke dabei. Hä, bist du blöd? Da unten liegen die Starken. Hast du nicht... Hast du die normale nicht mitgenommen? Nein. Warum? Ich habe dich mal wieder auf 100 gesetzt bei mir. Du das, tu jenes. Professionell abgesperrt. Mega. Guck mal, das ist die Starke. Hast du noch einen Kruzifix gekauft? Nee, habe ich nicht. Doch, hast du. Hä, wieso haben wir jetzt drei Stativen? Ich weiß nicht, warum du noch ein Stativ gekauft hast. Ich habe keins mehr gekauft. Ich auch nicht. Ich habe halt auch keins mehr gekauft. Und den Schlüssel hast du wahrscheinlich auch schon wieder weggenommen da, ne? Funkgerät. Klar. Das vergisst du halt auch immer vom Funkgerät zu drücken, ne? Er hat immer so einen Mecker, der Junge, ey. Trotzdem, ist halt so. So. Jerry, hörst du mich? Jerry? Ich habe doch nur gesagt, Jerry, hörst du mich? Und du bist gleich so ein Arschloch zu mir. Hä? Wir haben auch drei Thermostate. Tja. Haben wir einen kleinen Bug gefunden? Was haben wir gefunden? Einen kleinen Bug? Keine Ahnung. Kann sein. Als du rausgegangen bist, vielleicht haben sich die Sachen dadurch infiziert, weißt du? Normalerweise nicht. Also, erlebt habe ich das noch nicht. So. Sind wir bereit? Wir sind noch gar nicht fertig. Oh, mein Hund macht einen Abgang. Ja, was fehlt uns denn noch? Was macht einen Abgang? Mal ganz kurz, komm gleich wieder. Komm, komm, komm gleich. Und das, das, das? Das? Was hat einen Abgang gemacht? Mein Hund hat einen Abgang gemacht. Wie hat einen Hund hat einen Abgang gemacht? Hm, das war draußen ran. Achso, war oben oder was? Bei dir im Zimmer oder was? Hm. Hast du... Hast du hier noch gekauft? Ich finde einen Raum mit unter 10 Grad Celsius. Feuerzeug und so. Was? Nee, habe ich nicht gekauft. Das ist nicht meins. Machen Sie ein Foto vom Geist. Finden Sie Beweise für unnatürliche Ereignisse. Blablabla. Dona Williams. Dona Williams. Dona. Dona. Dieser Geist stand sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der alleine ist zu beantworten. MF-Reader. MF-Reader. Ah. MF-Reader. 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 Wenn du Feuerzeug hast, musst du F drücken, dann kannst du es aktivieren. Läuft. Ups. Aber jetzt wissen wir das. Seid's auch? Ja, hab ich grad dabei. Ich nur nochmal mit. Wir haben alles, hier oben liegen noch die Knicklichter. Knicklichter können nie sein. Warum? Wenn wir hier alles haben, brauchen wir nicht so weit laufen. Ach, das bisschen, wir laufen eh mal hin und her. Du. Okay, ich geh jetzt los. Warte. Bin dran. Bist du nicht. Wie du läufst, Alter. So ist man schneller. Läufst du in der Hocke? Yep. Du bist nicht schneller in der Hocke. Wenn du Shift dabei drückst, du Affe? Ja, du kannst auch bei G in Shift drücken. Hä? Du kannst auch bei G in Shift drücken. C? Aber mach mal C in die Hocke und Shift. Ja. Ist genauso schnell, wenn ich stehe und C in Shift mache. Halt die Fresse. Halt die, halt die Fresse. Okay, jetzt geht's los. Komm. Ich hab die Kamera, ich hab den Thermostat und ich habe meine Kamera. Äh, meine Taschenampe. Bereit? Du hast einen Code im Kopf. Ja, jetzt kommt. Das muss man an, ne? Tja, dann war's halt an. Äh. Ich hatte hier gerade Minustemperaturen irgendwo. Sieben. 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 Hier ist. Hier. Hier sind Minustemperaturen. Ja. Wir haben's schon mal. Weg damit. Cool, ich hole die Kameras. Bist du hier? Rede mit uns. Bist du ein Arsch? Okay, Geisterbox. Waren wir schon mal? Waren wir schon mal? Yep. Cool. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Was bist du hier? Hast du die Fotokamera? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Gib du. Ich nehm mal ein Knicklicht. Achso. Ja, du. Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Wo bist du? Im Wagen. Ich sehe keine Geisterkugeln. Ich hab eben was gehört gehabt. Genau drei Minuten haben wir jetzt noch. Genau drei Minuten haben wir jetzt noch. Hab ich gehört. Ich mach mal das Wasser an und guck mal auf den geschmutzigen Wasser, ne? Mach das. Mach mal die Knicklichter da, wo er aufmachen kann, weißt du? Aha. Was hat er gesagt? Er magst du mich? Magst du mich? Schreib in das Buch. Äh, was ist das hier? Was? Das hier? Ist ein Ring. Mach ein Foto, geh mal weg. Ne, ist ein... Das ist ein Löffel. Hab ich gerade in die Hand genommen. Dann hat er ihn geschmissen. Dann hat er geschmissen. Mach trotzdem mal ein Foto davon, da unten liegt das Ding. Bist du hier? Hier. Hier. Was ist hier? Zeige dich. Komm, Knutschkugel. Zeige dich uns. Was willst du? Hast du draußen eine Kerze hingeworfen? Ganz sicher nicht, ne. Dann war ja das eben. Willst du töten? Wem willst du töten? Bist du hier? Was willst du? Ey, der will Geld. Was hat er denn gesagt? Cash. Ehrlich? Hey, ich lieg jetzt hier. Ja. Willst du... Ne, was hab ich gesagt? Was willst du? Also Cash. Die Kerze hab ich da reingerufen. Ich geh nochmal wieder Zeit gucken. Ich guck wegen der Zeit. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Ausschlag 0. 0, 0, 0. Timer 0. So, was haben wir denn? Wir haben schon einige Sachen. Wir haben das erredet. MP-Reader haben wir noch nicht. Geisterbox oder Schöpfung? Äh, Beweise haben wir... Geisterbox. Minus Temperaturen. Ja, nimm du die mal mit. Dann nehm ich den MP wieder gleich mit. Alle Lichter sind drin aus. Ja, da hat er Stecker gezogen. Oh, nicht komplett, sonst wird drin nicht... Oh, wird raus und auch raus. Bist du hier? Zeige dich. Bist du hier? Da, da kamen wir los. Give me money, money. Das war zum Piepen. Hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Kleinen Moment, ich geh mal kurz was gucken. Seit der MP wieder war das nicht. Der ist gar nicht so aktiv, der Geist. Bei dem EMF. Ich sag immer MP-Reader, ey. Du musst Beweise finden, ne? Fünf? Taylor ist geflogen. Oh, nett. Ah, wahrscheinlich wieder ein Gespenst, ne? Bist du ein Poltergeist? Zeige dich. War eigentlich dein Name? Was? Wie war eigentlich dein Name? Boah. Äh, Donner, Denner? Denner? Döner? Donner, bist du hier? Don. Donner, zeige dich. Schreib in das Buch. Poltergeist. Hab zugemacht. Du kannst leeren, laut und objekte um sich herum manipulieren. Und dann aufhörer und sagen, ja, Herr Starker, ein Poltergeist kann viele Objekte auf einmal werfen. Schwächer, ein Poltergeist in einen leeren Raum. Fast defil. Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterorps. Aber wir haben keine Orps. Achso, die zweite Kamera ist da. Die Aktivität ist auch gar nicht hoch. Ja, ich weiß. Keine Orps. Lass das doch mal auf das eine Bild. Wo ist die zweite Kamera? Hä? Wo ist die zweite Kamera? Es ist gerade schon wieder was rausgeflogen. Geh mal weg da. Die zweite Kamera ist auf. Ja. Scheiße. Der quatscht doch die ganze Zeit. Das ist definitiv ein Poltergeist. Ja, dann müsst ihr Fingerabdrücke und Orps sehen. Wir sehen aber keine Orps. Ich will die zweite Kamera anhaben. Dann geh rein. Komm mit. Kommst du? Nö. Vor der Tür liegen die. Und außerdem machst du auch schon wieder die Kamera in der Hand. Ich habe einen Geister aufgesehen. Wie macht man hier diese Glühdinge an? Gar nicht. Wie macht man hier diese Glühdinge an? Die sind alle. Ich hatte schon ausgeräuchert. Und außerdem war eben dein Geisterrob. Auf. Komm. Komm her. Kleinen Moment. Eine Mahre. Ich bin immer noch hier, das ist eine Mare Ganz sicher Ich hab da ein Orb gesehen eben, ja? Ist aktiver, wenn es dunkel ist Es ist überall dunkel Ja, wir haben ja die fetten Taschen genommen Bist du hier? Zeige dich Nächste Aufgabe erledigt Was passiert? Wissen wir es nicht? Es piept die ganze Zeit Hast du eben erst fünf? Ne, drei Aber mach mal ein Foto davon Von was denn? Da hab ich auf den Boden geworfen Sehr gut Nein, warum? Donner Bist du da? Zeige dich Zeige dich, Donner Okay Du gehst raus Du gehst raus? Du brauchst einen Ausschlag Ui, wir hatten einen kurzen Ausschlag sehr stark vorhin Wie heißt sie komplett? Sie ist bei zwei Sie hieß Donner Donner, Donner, Donner Williams Donner Williams Donner Williams Donner Williams Bist du hier, Donner? Bist du hier, Donner? Zeige dich Lass mal ein fahren, Donner Lass mal ein fahren, Donner Lass mal ein fahren, Donner Dann ging die Aktivität wieder runter Vier Du gehst einen Tür in diesen Rahmen Da hab ich ganz kurz nur aufgesehen Da hab ich ganz kurz nur aufgesehen Ja, das ist wegen der andere Kamera Ich weiß nicht, warum die aus ist Ich hatte die eigentlich aktiviert Meinst du? Ich glaube, wo ich die das zweite Mal hingerichtet habe Dass ich da auch quasi entgegengekommen bin Das kann sein, ja Oh, Scheiße Da hätten wir jetzt ein besseres Bild, ne? Du bist einfach doof Lass mal rein und versuchen, das Ding hier voll anzumachen Wo ist das Ding, was ich grad machen will? Weißt du, wo es ist? In deinen Kopf Es ist an Dann bist du zu blöd zum drücken Ja, oder? Weil es geht nicht, weil es da oben ist Weißt du? Weil ich das da hochgestellt habe Normalerweise nicht Geht halt echt nicht Ja, oder? Es ist wegen dem Bug Dass wir halt duplizierte Sachen haben, weißt du? Okay, die Kameraden werden wir ja nicht doppelt Ja, aber vielleicht erkennst du das halt trotzdem nicht Dann nimm die einfach mal kurz runter Ja, aber die Räucherstäbchen gingen ja auch Aktivität ist grad null Komm Geh doch alleine rein Aktivität zwei Nein Vier Sechs Habe ich außerdem den Namen zu oft gesagt? Wie viel ist er? Sechs Hast du die Tür grad zugemacht? Ich hab gesehen, dass du da weggelaufen bist und dich da versteckt hast Hallo Hi Ich hab gesehen, wie du da weggelaufen bist und die Tür zugemacht hast Wie viel Aktivität? Nein, war da hinten Nein, war da hier Halt die Schnauze Weiter zum Fenster, du brauchst das Ganze Du musst den ganzen anderen Bereich sehen können, nicht nur ein bisschen Mach das doch selber Nein, der mag dich ja nicht Ich geh zur Tür, der geht auf sechs, ist doch nicht normal Nee Nee, funktioniert nicht Vielleicht nochmal an und aus machen Vielleicht Guck mal ob die jetzt geht Ja, 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 hat sie resettet Okay Ja, ist halt Early Access, ne? Es ist hell, ne? Ist das Licht an? Nein Guck mal Keine Geister Das ist die Kamera Das ist doch Aua Ja, selber schuld Ja, selber schuld Ja, wir wissen, es ist ne Maren jetzt Reicht Und da wirst du nochmal alles draufsetzen Du hast halt echt Schiss, ne? Was? Ich? Nee Du doch nicht Mach mal das scheiß Licht weg Donner Williams Wir hier rufen dich Fick dich Null Oh, fünf Ja, das Gerät ist gerade ausgeschlagen Donner Williams Donner Williams Wow Oh, sieh, 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 sieh Wow, wow, ich bin draußen Gott Siehst du's? Gott, hab ich mich erschrocken eben Siehst du das Vieh? Nein Ich hab voll so Ich hab voll so Zuckartig die Tasten gedrückt eben Sie hat nur zugemacht, ne? Donner Williams Mann, ich wollt grad was gucken Spacken Keine Fingerabdrücke Ja Ja, sprich da nur für Marvin Donner Williams Du hast immer noch die Kamera in der Hand, ne? Gib mal her Welche Kamera? Die Kamera Die Kamera Ja, warte Die Gitar-Kamera Hier So, da liegt sie Muss immer alles hin und her werfen Geh weg Donner Williams Donner Williams Ich bin zu Hause Donner Ich bin zu Hause Donner Donner mein Schatz Zeige dich Donner 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 Komm und zeige dich Hä? Was? Null EA Sports Zenit Game Oh, Rot 10, 10 Na Spaß Das wär rausgewiesen Wie? Willst du Geld? Ja, da hast du voll Money gesagt Money, Money Rede mal, geh mal in den Raum, rede mit ihr Fick dich Eins Willst du jemanden töten? Töten Kill Kill me Wem willst du töten? Wenn du mit einmal fucking Schritte hörst Hast du mich gehört? Ja, hier geht es Aber echt, wenn du mit einmal Schatzschritte hörst Mama, ich bin zu Hause Ich glaube, du musst ein bisschen weiter Muss ich nicht Ich hab deinen Punkt zum Beispiel immer nur ganz, ganz kurz, wenn du redest Also du bist immer zwischen Hier rein und raus Ja, wenn ich mir damit schritte, geh ich auch raus Zwei Durchgehen, zwei Schön für dich Eins Oh, der Geist ist auf jeden Fall da durchgelaufen Fünf Sechs Wieder auf fünf Und auf drei Und auf eins Ich bin hier Zeige dich Donner Williams Donner Williams Donner Donner Dollar Donner 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 Williams Williams deswegen mache ich so ein Schwachsinn auch wie hätte ich gehört durch die Funke du Vogel Donna Williams du bist unter 50% deswegen hat es gerade so gepiept oder was hat gepiept die hört ich ständig Donna Ferdeschwanz Williams Frau Williams ich sag Frau Williams Attack Frau Williams Frau Williams Miss Williams Miss Williams Miss Donna Williams 2 Scheiß Kerze hat sich vor mir bewegt danke danke schön für dich Schatzi oh Donna zeig dich doch mal Frau Williams sind sie da Miss Donna Williams Für mich geboten haben wir geboten geboten mit zu ich habe sie aber laufen gehört oder auch stampfen wollte ich ja nicht auf so ein dröhn auf den ohren gehabt als ich nah an der wand frau williams donna williams donna williams miss donna williams miss donna williams sind sie da hallo miss williams äh ausschlag auf 2 äh gestiegen auf 3 irgendwas ist gerade geflogen wieder und die tür hat sich bewegt dumme hexe die war auch hier vorne eben ja 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 zwischen 30 und 40 ist schon appetitlich ne die muss ich mal zeigen die hängt hier gerade vor der tür die ganze zeit die hört uns ja auch wenn wir draußen stehen scheinbar ja geh mal rein und renn mal einmal um den tisch fick dich mach das doch selber ich habe meine sanität schon verballert das ist null du kannst ist alles supi nein ich geh da nicht du hohen kobold ey 32 und null hallo mama guck mal du hast dich sehr gut gefickt ich weiß und wie gesagt umso weiter die sanity runter geht umso aktiver wetti geh mal hin und mach mal den auf null wenn du auf null bist dann müssen sie ja richtig rennen auf dich und dann sterbe ich ach quatsch die tür packt sich ja mitten in dich und du kannst ja raus gehen fick dich selber ja oder wir fahren jetzt wir wissen wer es ist ne ich will aber noch nicht fahren ne mare obwohl ich noch keine einzige geisterkugel gesehen hab wo du kacke bist ich will mal ganz kurz was machen jetzt bist du mal an der reihe ne ich fahr jetzt los nein ich habe ja noch nicht mal richtig gewählt alles wie bitte neun neun heißt ja sieben versuch mal zu machen dass sie auf zehn kommt du musst dich ja nur so weit reinstehen so wie ich dass du wieder raus kommst wo sich einfach schön verarschen Was hat sie denn jetzt? Null Null Zwei Zwei Immer noch Null Sagst du überhaupt irgendwas? Sie antwortet Ja, sag einfach weiter Donner Williams Donner Williams Sie will töten, ne? Ich weiß, hat sie bei mir auch schon oft gesagt Also ist doch vollkommen egal Wen willst du töten? Ich lebe immer noch Wen willst du töten? Null Donner Williams Donner Williams Donner Williams Schatzi Schenk mir ein Foto Miss Donner Williams Schuh im Karton Schuh im Karton Der Schuh des Manitou Hä? Störp Störp? Buh Bist du ein Schisser Ich trau mich das nicht, Mann Ich merke das schon Du sollst doch nur da stehen bleiben An der Tür Kannst du doch auch machen, Susi Wenigstens Stamina Gib mir die Kamera Ich hab das schon die ganze Zeit gemacht Gib mir die Kamera Nein, ich will das hier mal fotografieren Wenn das auf 10 springt Na, wieso willst du auf 10? Gib mir her Ich renne jetzt da rein und hol sie Kriegst du eh nicht Gib her Oh, du stirbst Du stirbst doch eh gleich Ach, Quatsch Ja, ja, wir kennen's ja, ne? Und wenn die Tür zugeht Nicht zur Tür rennen Sondern in der Ecke und dann Licht aus Und Schnauze halten Null Geh rein Null Null Bist du ein Angsthader, ey? Ich hätte die Kamera reingeschmissen Warum? Verdrückt Bist du dumm, ey? I'm sorry Im Wohnzimmer liegt sie Dein Ernst? Ja, ich ist geflogen Das ist voller Absicht gewesen Ach, Quatsch Ich hab sie Ey, lass mal beide rein Bereit Wo bist du? Wie? Stell dich in die Ecke Geh in die Ecke Bleib stehen und Wir rufen sie, ja? Okay Donna Williams Donna Williams Donna Willis Donna Williams Frau Williams Alte Hexe Verbrenne Burn, Baby Burn Bist du hier? Willst du? Money? Kill? Was vor? Sollen wir beide sterben? Machen wir Licht aus Sollen wir sterben? Wo bist du? Wen wir zu töten? Wo bist du? Vor Vor Alexa Mach mal Licht aus Drei Ich bin tot Er hat sich ganz schnell rausverpisst Alles klar Alter Scheiße Alter Huch 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 Sie ist zu mir gerannt Ich werde an ihm vorbei Und das Magazin erwischt Nein Ich hab kein Foto Sie war vor mir Sie hat kein Foto Alter Alter Lass doch ich mal Alter Ey Ich hör dich nicht Ach Wir haben ein Foto von dir Okay Wir haben die Indizien Das ist eine Eine Mare Ich beende es jetzt hier Geisterkuchen hab ich zwar nichts gesehen Aber er meint Er hat eine gesehen Ich vertrau ihn jetzt Soll ich ihn vertrauern? Ist das nicht wieder so? Ist das nicht wieder so? Ich weiß es nicht Oh man Der tut mir schon leid Sie hat nicht Sie hat keine Geisterkugel Finde ich Was könnte es denn dann noch sein Wenn es keine Wenn keine da wären Wäre es ein Gespenst? Glaub ich nicht Obwohl sie schmeißt Sachen Das kann nicht schwind sein Alter Die Sachen wurden geschmissen Keine Ahnung auf Maren Sachen schmeißen Und Simon Ich geh jetzt einfach mit Maren Ich geh mit Maren Foto von mir machen So mein Arschlob Wie ein Foto von dir machen? Alter durchs Fenster Aber nicht drin Da gibt mich keine 10 Pferde mehr rein Pferde mehr rein Ja Hw 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 Ich sag Gespenst. Egal. Oh Mann. So, hab nen toten Körper. Richtig. Hä? Das erkennt er nicht als toter Körper. What the fuck? Okay, war das letzte Foto, aber ich hol's. Zu weit weg, du Vollidiot. Wenn du mich noch hörst, du müsstest mich hier hören. Ich hab jetzt Mare geno- äh Gespenst genommen. Ich verpiss mich jetzt. Sorry, ich seh aber keine Geisterkugeln wie du. Also entweder hast du recht und hast eine gesehen durch Zufall, aber ich seh keine. Und die ganze Zeit achte ich da drauf. Also ich achte wirklich die ganze Zeit, wenn ich an diesen Scheiß PC bin. Aber ich hab nicht eine gesehen. Und es sind Sachen geflogen. Ich bleib bei Gespenst. Naja, mal gucken. Ja, hab ich. Wie du gesagt hast, hast du ja gesehen. Foto und hat da aber irgendwie nicht erkannt als... Mare, sag ich doch. Oh, das schreckt mich doch nicht so. Ich hab aber keine einzige gesehen. Jawohl, der eine einzige nur da war dann in dem Moment. Herzen Willfonds, du bist ja 7-4. Danke. Versicherung 87 zurückbekommen. Du Penner, wegen dir bin ich gestorben. Du wusstest doch, wo ich bin. Bleib doch einfach in der scheiß Ecke, bis sie weg ist und durch Schnauze hat. Sie ist doch zu mir gerannt. Sie ist zu mir gerannt. Wenn du dich... Wenn du wirklich zu den Mund hältst, dann passiert nix. Ich hab Blitzlicht gemacht. Sie ist zu mir gerannt sofort. Na gut, dann ja. Ja. Soll ich da stehen bleiben, dass du mich frisst, Alter? Mhm. Alter, mein Herzen. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ey, ich muss mit dem Hund raus, ne? Komm wieder. Wie lange kannst du noch? Eigentlich nicht mehr so lange. Ich bin noch gar nicht schlafen gewesen, ne? Ja, gut. Dann möchte ich aber PN beenden. Ich will jetzt echt das noch mit dem Hund raus. Aber holy shit, ey. Alter, wir wollten das ja nur ein Scheiß-Voder-A. Hm? Was haben wir denn mit Level 4 eigentlich freigeschaltet? Ich hab da hier nix zu lesen können, dass da irgendwas freigeschaltet wurde. Hm. Tschüss. Ich glaub gar nix. Du bist Level 4, ich bin Level 3. Ja. Da du überlebt hast, hast du mehr Erfahrungspunkte bekommen. Bewegungsmelder. Ich glaub das nächste ist Level 6 Bewegungsmelder, was noch freiges... Naja, 5, ja, 5. 5. Sanity Pillar. Pillen. Mhm. So was sind diese Pillen, ne? Hm. Mhm. Können wir nämlich noch gar nicht holen. Warte mal. Nee, auf 4 gab's nix. Okay. Ich muss immer ne Sache wieder kaufen, ne? Warte mal, was hab ich jetzt noch im Besitz? Ich hab nur noch die scheiß Knicklichter mit im Besitz. Weil du die nicht mitgenommen hast. Wie viel Geld hast du? Die Knicklichter hab ich verhauen. 122 Dollar. Wo seh ich denn meine aktuelle Ausrüstung? Ausrüstung? Ne, wo seh ich das denn? Was ich habe? Wenn du direkt im Spiel bist. Warte mal. Oder Ausrüstung kaufen? Ne, doch nicht. Zufügen. Warte mal. Hab ich denn meine zwei... Ja, die Knicklichter behält man auch, wenn sie aufgebraucht werden. Okay, das ist cool. Du behältst alles auch, wenn es aufgebraucht wird. Also die Aufbruchgegenstände, die behältst du. Okay. Kann das sein, dass wir deswegen Feuerzeug und so hatten, weil du es nochmal gekauft hattest? Ne, ich hab die nicht. Also ich hab echt die gar nicht im Besitz. Aber ich hab... Spielen sie mit einem anderen Jäger, finden sie den Geistertipp heraus und überleben sie eine Jagdphase. Habe ich alle drei geschafft. Täglicher, ne? Ja. Ja, hab ich auch alle drei. Spielen sie mit einem anderen Jäger, finden sie den Geistertyp heraus und überleben sie eine Jagdphase. Aber das bringt so scheiße viel Spaß, ne? Ja, Alter. Vor allem... Oh, dieses... Du willst überleben, Alter. Du hast kein Backen vertreten. Vor allem ist so... Ich dachte jetzt, scheiß drauf, dann sterbe ich jetzt eben. Ab in die Ecke. Was ist denn da, Alter? Und dann bist du hinterher... Aber da bist du hinterher gekommen. Ja. Weil ich dachte, fuck off, Alter. Jetzt holen wir uns ein Bild. Aber wir haben auch ein Bild bekommen, ne? Ja. Wir haben... Wir haben alle Aufgaben erledigt. Ja. Wir haben alle geschafft. Ne, ne, du. Ich nicht. Ich hätte nicht alle geschafft. Ich hätte den falschen Typ erraten. Nein, Aufgaben. Ja, das war aber auch eine Aufgabe, den Typ herausfinden von dem Vieh. Ja? Okay. Aber ich habe ja gesagt, Mare, warum glaubst du mir nicht? Ja, ich habe einfach die ganze Zeit so gedacht, Sachen wurden geschmissen. Ja, aber die Mare schmiss auch Sachen. Mare ist aktiv. Ja, ich habe aber daran überhaupt nicht gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, so... Die Mare ist aktiver, wenn das Licht aus ist. Ja, du hast es gesehen. Ich habe aber damit gerechnet, so gedacht, ne? Ich bin da hingegangen, ja, mit der Taschenlampe. Und ich dachte, als du mir das dann gesagt hast, dass du da siehst, dann dachte ich so, hat er jetzt vielleicht erst mal eine Taschenlampe gesehen, dass die halt irgendwie komisch reingeschienen ist oder so, dachte ich erst. Und dann habe ich halt die ganze Zeit auf den PC geachtet und nichts gesehen mehr. Und dann dachte ich so, ah, dann war ich so in diesem Zwiespalt. Scheinbar gibt es Effekte, die nur einmal kurz auftreten. Na gut, ich mache aber erst mal das Stream-Off. Werd ich auch machen. Es hat Spaß gebracht. Dreieinhalb Stunden. Hä? Dreieinhalb Stunden, wie schnell, Alter? Tja. Tschüss. Na gut, dann, äh, ich will den Stream, Leute. Haut rein. Ich auch und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bestimmt wieder. Fass mal vor, wir ordentlich wett wahrscheinlich Super Mario 64 wieder machen. Müsste ich auch mal wieder. Na gut. Na gut, bis dann. Ciao.